Ich möchte heute hier über ein deutschsprachiges Membership-Plugin sprechen und zwar Digimember. Hallo, mein Name ist Mario Burgert von marioburgert.com. Ja, und so viele deutschsprachige WordPress-Plugins oder Plugins in Deutsch gibt es gar nicht, vor allen Dingen nicht für Membership-Bereiche. Und ja, Membership-Bereiche für WordPress sind vor allen Dingen natürlich auch für Infomarketer interessant, die ja ganz im Speziellen mit so etwas arbeiten, beziehungsweise aber auch natürlich für alle die, die in einem geschützten Bereich für ihre Kunden Informationen, Content, Daten, Videos, was auch immer, bereitstellen wollen. Ja, und da nutze ich schon seit der Veröffentlichung von Digimember dieses Plugin. Ich wusste auch bereits durch einen Freund vorher, der Beta-Tester war, wie es funktioniert. Und die Einfachheit ist genau das, was ich suche. Es gibt vielleicht nicht unbedingt so viele komplexe Möglichkeiten. Ich habe als Vergleich oder als Vergleichs-Plugin zwar schon einige andere getestet, aber hauptsächlich kann ich hier nur S2Member anführen. Das ist ein kostenloses Plugin aus den USA. Allerdings ist das so dermaßen vielseitig, dass sich das Zurechtfinden schon, ja, mal über ein paar Tage hinwegziehen kann. Und ja, für mich ist wichtig, dass ich ein einfaches und schnelles Plugin bekomme, womit ich einfach und schnell etwas einrichten kann, denn mein Arbeitsalltag ist ohnehin schon gefüllt. Ja, und da kommt dann, Entschuldigung, Digimember ins Spiel. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Und wir befinden uns hier gerade im Membership-Bereich meiner Webseite, marioburgat.com. Und hier unten, also in der linken Seitenleiste, das ist jetzt schon WordPress 3.8, hier unten in der Navigation auf der linken Seite findest du also hier auch schon Digimember. Und wenn ich dann da draufklicke, dann öffnet sich dann hier auch direkt die nächste Navigation. Und das beginnt damit, dass du hier erst einmal die Grundeinstellungen vornehmen kannst, wie zum Beispiel eben den Lizenzschlüssel. Was ich also sehr gut finde, ist auch, dass du den Lizenzschlüssel jederzeit wieder freigeben kannst. Also das heißt, dieser Lizenzschlüssel, der ist ja dann natürlich mit der jeweiligen Domain verbunden. Und wenn du dann von dieser Domain zum Beispiel abrücken willst, dann kannst du dir den freigeben und nimmst das Plugin mit und richtest das auf einer neuen Domain wieder ein. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt verschiedene Lizenzen, das erzähle ich dir aber gleich noch. Ich habe nur eine Einser-Lizenz, weil mein gesamtes Konzept, mein ganzes Modell, meine gesamte Strategie so aufbaut, dass es für alle Informationsprodukte, die ich anbiete, nur einen einzigen Membership-Bereich, nur einen einzigen Kundenbereich gibt. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass ich für Kunden, die mehrere Produkte von mir kaufen, natürlich dann auch die Nutzbarkeit so einfach wie möglich halten will. Ich möchte natürlich, dass die Leute sich dann mit den drei Membership-Bereiche einloggen müssen, wenn sie drei Produkte von mir haben. Das soll alles über eine Situation laufen. Und bestenfalls, und das funktioniert eben mit Digimember auch, alles auch nur über ein einziges Passwort. Das heißt, ich habe drei Produkte gekauft, schlokke mich ein, kann direkt auf alle drei Produkte zugreifen. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Ja, also das heißt, Käufer habt ihr ein kostenloses List-Building, ein List-Building-Kurs, der wirklich zeigt von A bis Z, wie das funktioniert, wirklich umfassend. Und wenn jetzt hier jemand den Einstieg gefunden hat in meine Produktwelt und kauft dann beispielsweise die vier Quick-Traffic-Strategien, dann lockt er sich einmal ein und hat beides dann im Überblick. Und das ist so mein Ziel. Und na, da muss ich die Bilder vielleicht noch ein bisschen nachbearbeiten. Auf alle Fälle sieht das dann so aus, dass ich hier weiterhin entscheiden kann, ob ich die Navigationsleiste von WordPress für Nicht-Admins ausblenden will. Und ich habe das angehakt, weil ich finde, dass es sehr viel schöner aussieht. Und wenn ich das angehakt habe, dann brauche ich natürlich Seiten, die eben die Informationen oder die Möglichkeiten, die mir eine Navigationsleiste von WordPress bietet, Optionen, mein Profil verändern, etc., Passwort ändern, die muss ich dann natürlich als eigene Seiten anlegen. Auch das bietet natürlich Digimember mit Shortcuts. Die schauen wir uns gleich an, weil die sind hier unten. Ja, und dann kann ich natürlich hier noch eine E-Mail-Kommunikation festlegen, in dem Fall, was ich bislang immer noch nicht gemacht habe, aber längst hätte tun sollen. Mehr Kulpa ist, die E-Mail hier über mein E-Mail-Konto zu versenden, was natürlich zur Folge hat, dass es weniger im Spam-Ordner landet. Vielleicht, ich kann es gar nicht so prüfen, ob das schon passiert ist oder nicht, aber auf alle Fälle, glaube ich, ist das ein Topic, was noch hinterher geschoben werden sollte. Gut, was ich tun kann und was ich auf jeden Fall tue, weil ich von Digimember absolut überzeugt bin, ist dann einen Affiliate-Link im Footer zu posten. Wenn dann jemand sieht, ah, der hat hier mit Digimember rumgespielt und hat es vielleicht auch schon gehört und klickt da drauf, dann besteht die Chance für mich auch noch eine kleine Provision daran zu verdienen. Und warum nicht? Was ich auch sehr gut finde, ist dann das IP-Zugangslimit festlegen. Das heißt also, jemand kann sich maximal bei mir mit fünf verschiedenen IPs einloggen und das hat natürlich zur Folge, dass also nicht so viel das Produkt weitergegeben werden kann. Dass es zwischendurch mal weitergegeben wird an einen bekannten Freund, wie auch immer, das ist, glaube ich, fast schon gang und gäbe, aber ich bekannse das einfach auf fünf. So, dann habe ich eine Support-Info-URL und dahinter immer wieder schön, auch bei den Fragezeichen, detaillierte Erklärungen darüber, was es bedeutet. Und dann gibt es natürlich auch einen Member-Bereich von Digimember, der das alles nochmal hervorragend erklärt. Ja, und diese Support-URL ist natürlich dann für die Kunden ganz besonders interessant. So, wenn ich also ein Produkt festlegen will, erstellen will, dann mache ich das hier oben, indem ich einfach auf Erstellen klicke. Ich habe es jetzt in meinem neuen Tab geöffnet und kann hier einen Produktname vergeben und entscheide dann, wenn jemand dieses Produkt gekauft hat, was danach passiert. Also das heißt, wenn er den ersten Login tätigt, wo er dann landet, vielleicht bei einer Begrüßungsseite, die nicht noch einmal erscheinen soll und für alle weiteren Logins kann er dann auf der Startseite des jeweiligen Produkts landen. Bei mir ist es halt eben so, ich habe das hier deshalb auch anders geregelt, eben weil ich ganz viele Produkte in diesem Member-Bereich anbiete oder noch viel mehr anbieten werde, als jetzt ohnehin schon drin sind, dass die erste Seite im Login immer erst mal eine Begrüßungsseite ist und die zweite auf den Hauptkundenbereich lenkt. Einfach, weil dort eben dann alle Produkte in der Übersicht zu sehen sind. Ja, ich kann also auch eine Weiterleitung starten, ja, falls derjenige sich da auf der falschen Seite befindet. Und dann kann ich das Login-Formular zeigen oder vielleicht sogar eine Verkaufsseite, wenn ich das will, oder eine Opt-in-Seite nach URL. Ich könnte also hier direkt, trage ich ein und so weiter. Aber da ja viele Kunden auch mal, sagen wir mal, vielleicht sich gerade irgendwie eine falsche URL abgespeichert haben oder sonst irgendetwas, möchte ich nicht auf eine Verkaufsseite oder eine Opt-in-Seite weiterleiten, da sonst vielleicht einige Kunden sich dann auch nicht mehr zurechtfinden. Und das könnte den Support-Aufwand erhöhen beziehungsweise eben auch den Kunden kränken. Das will ich nicht. Ja, dann habe ich Menü-Einstellungen, ja, die Steuerung des Meta-Menüs. Das heißt also, wenn jemand ein beispielsweise kostenloses Produkt hat oder einen kostenlosen Download und deswegen trotzdem einen Zugangsdaten bekommen hat, dann hat er ja nicht gekauft. Und dann kann ich ihm ein anderes Menü zeigen als zum Beispiel diejenigen, die bereits Kunden sind und so weiter und so fort. Inhalte in das jeweilige Produkt, ja, schieben finde ich richtig geil, echt, weil es ist so einfach und diese Einfachheit ist mir unglaublich wichtig in meinem Arbeitsalltag. Nehmen wir an, ich habe diese Seiten angelegt, einfach per Drag & Drop in das jeweilige Produkt. Und hier oben ist dann per Drag & Drop beziehungsweise Drop-Down-Menü einfach auszuwählen, welches Produkt ich denn da, ja, haben will und was dort rein soll. Das gilt übrigens für Seiten wie für Artikel. Die Bezahlanbieter sind auch, ja, oder, ne, jetzt habe ich den falschen. Weiter geklickt. So, die Bezahlanbieter sind auch mannigfaltig. Das heißt, also ich habe hier ganze Menge, alle bekannten Zahlungsanbieter, die es so gibt, von Digistore24, den ich nutze, über die Möglichkeit generisch, also bedeutet, dass ich hier auch meinen eigenen Zahlungsablauf, meinen eigenen Weg festlegen kann. Dann habe ich hier PayPal, Shareit, Cleverbridge und Clickbank, To Checkout, Affilibank. Also alles das, was man so kennt, wenn man im Bereich vor allen Dingen Infomarketing unterwegs ist, aber Shareit kennt man ja vor allen Dingen auch für Software und Cleverbridge ist ja auch was Großes. Vor allen Dingen auch Clickbank ist ja auch eine sehr bekannte Name. Wenn ich den Bezahlanbieter festlegen will, habe ich dazu auch immer eine Erklärung, was ich natürlich immer sehr gut finde. Das heißt, ich muss mich nicht immer in den Member-Bereich von Digimember einloggen, um zu erfahren, wie ich was tun kann, sondern die Schritte-Erklärungen hier sind absolut ausreichend, um zu wissen, was ich tun kann. Auch für jemanden, der wirklich nicht so viel Ahnung hat. Und bei Digistore24 bekomme ich eine Produkt-ID in Form einer fünfstelligen Zahl und die trage ich dann einfach zu dem jeweiligen Produkt hinzu. Auch dann die Mail-Texte auch noch mal individuell anzupassen. Bei mir ist es ja so, dass ich meine Kunden mit einem Du anspreche. Hier ist immer voreingestellt ein Sie und dann ändere ich das einfach, kopiere mir das, lege mir das als Datei irgendwo, wo ich es immer wieder finden kann, auf meinem Computer oder wo auch immer in der Cloud. Und dann habe ich meine Mail-Texte auch immer per Copy und Paste für die jeweiligen Produkte, die ich hier einpflegen kann. Da ja bei mir, bei jedem Produkt, jemand geduzt wird von mir, da brauche ich dann beispielsweise hier irgendwo einfach ein neues Produkt anlegen, auswählen, Copy und Paste, fertig. Wie gesagt, ich betone das noch mal, mir geht es immer um schnell. Also das heißt, ich will immer schnell und effektiv. Ich brauche nicht viele besondere Möglichkeiten. Ich brauche eine funktionierende, einfache Möglichkeit. Das ist mir ganz besonders wichtig. So, kommen wir zu den Autorespondern. Hier ist es so, dass natürlich auch wieder alle namhaften, Anbieter hinterlegt sind. Aweber, Cleverreach, Flatrate Newsletter, kenne ich gar nicht. GetResponse habe ich ganz lange genutzt, bin aber jetzt bei ClickTab. LeadMotor von guten Kollegen, MailChimp auch bekannt. Und die Möglichkeit, hier nochmal zum Beispiel einen selbst gehosteten, Newsletter anzubieten. So, und da ist es also auch wieder so, dass ich auch wieder eine Anleitung bekomme, wenn ich zum Beispiel jetzt ClickTab einrichten will, welches ich immer ganz besonders empfehle, dann habe ich hier meine Anleitung, die überhaupt nicht schwer umzusetzen ist. Einfach folgen, nachmachen, fertig. Und dann ist die Sache gut. Dann lege ich das natürlich fest, für welches Produkt. Und bei ClickTab sowie bei, also es gibt zwischen ClickTab und Digistore auch eine sehr, sehr, sehr gute Schnittstelle, bei denen ich das dann auch so festlegen kann. Kundekaufprodukt wird automatisch in den Follow-Up Autoresponder, oder in den, Entschuldigung, in den E-Mail-Verteiler verschoben, kriegt eine Doppel-Opt-In-Mail. Und dann ist die Sache gut. So, dann gibt es hier noch die Bestellungen. Hier sieht man natürlich den Überblick aller Kunden, die hier im Bereich Kundenbereich sind. Hier habe ich natürlich dann noch die Möglichkeit, mit Erstellen dann manuell einen Zugang zu vergeben. Das bietet sich vor allen Dingen dann an, wenn ich beispielsweise in einem Launch eines meiner Produkte zum Anreiz anbiete, über meinen Link zu kaufen. Dann kann derjenige sich melden. Das habe ich jetzt schon mehrfach getan. Erstelle dann hier einfach und dann hat derjenige diesen Zugang ebenfalls. Was wir Deutschen sowieso immer brauchen, sage ich jetzt mal ganz plakativ, ist eine Checkliste, um herauszufinden, ob alles richtig gemacht haben. Die bietet Digimember auch, auch sehr gut. Was natürlich sehr geil ist, ist natürlich, dass du dann hier jeweils die Links in die Bereiche hast. Deswegen könntest du theoretisch von der Checkliste aus anfangen, dir deinen Digimember einzurichten. Ich habe es jetzt anders gemacht, aber nehme mal an, du bist jetzt technisch nicht wirklich so versiert und brauchst ein bisschen Unterstützung, dann machst du es doch einfach über die Checkliste, klickst hier rein und fertig. Der Log ist dafür da, Opa, da klicke ich jetzt besser nicht rein. Der Log ist dafür da, um Fehlermeldungen und sonstige Ja-Geschichten aufzuzeichnen. So, dann sind wir jetzt nochmal in den Shortcodes oder Shortcuts. Das ist richtig gut, weil ich dann hier einfach meine Shortcuts kopieren kann, in die jeweiligen Seiten einbauen kann. Wenn ich meine Admin-Leiste von WordPress ausblende, dann brauche ich eine Login-Seite, brauche ich eine Logout-Seite, einen Account und wenn ich beispielsweise ein kostenloses Produkt anbiete, so wie ich das auch mache, mit Käufer-Opt-In, dann biete ich das ja im E-Mail-Verteiler. Ich möchte nicht den Registrierungsschlüssel immer jedem zeigen, sondern ich will das ins Postfach schicken, damit ich sicher gehe, dass nicht jeder hin zum Kunst, Entschuldigung, wenn ich das mal so nenne, anmeldet und dann irgendeinen Schindluder damit treibt. Deswegen kriegt derjenige das in sein Postfach. Ich baue damit meine Liste auf und das ist Sign-Up, also es gibt eine extra Seite, die er dann zugeschickt bekommt und dahinter verbirgt sich dann das Registrierungsfeld. Dann kann ich auch noch einmal festlegen, die Liste der Produkte, die User gekauft haben. Das heißt also so, wenn man es so regelt, wie ich das jetzt tue, alle Produkte in einem Member-Bereich, dann gibt es eine Seite, auf der stehen kann, wie viele User welche Produkte gekauft haben. Ja und so weiter und so fort. Für geschützten Inhalt kennzeichnet das Ende der kostenlosen Vorschau. Finde ich total geil. Also das habe ich selber noch nicht genutzt, aber ich finde es einfach gut. Du kannst deinen Kunden kostenlosen Content zur Verfügung stellen, aber nur einen bestimmten Bereich, weil du willst ja nicht alles kostenlos weggeben. Und dann ab diesem Punkt bis dann Ende. Supergeil. So und dann gibt es noch den Counter. Social Proof Seller gehört wohl überall auch noch dazu. Ich nutze den selber gar nicht so häufig. So und das war es. Dann kannst du hier auch noch mal gewisse Steuerungen machen. Für Upsells glaube ich, ist das auch ganz interessant. Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber das sind die Sachen, die auch hier in den Produkten geregelt sind. Das war das eben, wo ich gesagt habe, Seite nach dem ersten Login und so weiter und so fort. Ja, okay. So, also ich glaube, das ist erst einmal alles dazu. Hier gibt es noch ein paar mehr Shortcodes, zu denen ich dir jetzt leider gar nicht so viel sagen kann, weil ich es selber gar nicht so intensiv nutze. Aber ich hoffe, dass dir diese kleine Übersicht über dieses Plugin gefallen hat. Es gibt für mich keine Alternative, obwohl ich zum Beispiel OptimizePress 2.0 gekauft habe und es dort auch ein Membership Plugin gibt. Aber es ist mir in Englisch zu kompliziert. Also ich meine, Englisch kann ich, okay. Aber technisches Englisch ist auch immer noch eine andere Welt. Und die Einrichtung bei der ersten Überblick ist total erschlagend. Ich habe sowieso so viele Aufgaben zu erledigen. Warum tue ich das dann nicht einfach und schnell? Wenn dir das gefallen hat, findest du unter dem Video einen Link zu der Angebotsseite. Kannst du dir anschauen. Ja, es ist ein Rafflink, wenn du den klickst und dich entscheidest, das zu kaufen, bekomme ich sogar eine kleine Provision. Du würdest damit honorieren, dass ich mir die Mühe gemacht habe, dir zu zeigen, wie Digimember funktioniert. Tut nicht weh, wenn dir das bei deiner Kaufentscheidung hilft. Hilft mir das weiterhin, solche Videos zu machen. Ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Geschäft. Bye, bye.